Du liebst es zu organisieren und du magst es, wenn alles seinen Platz hat? Dann ist die Ausbildung zum Fachlagerist die perfekte Wahl. Pakete, Paletten, LKWs – ohne Logistik würde die moderne Wirtschaft stillstehen. Als Fachlagerist bist du für den Wareneingang und Ausgang verantwortlich. Da muss alles sehr genau passen. Qualität, Menge und Timing. Während der Ausbildung lernst du Waren zu prüfen, zusammenzustellen und sicher zu verpacken. Im Hochregallager behältst du den Überblick und beim Staplerfahren kannst du Fingerspitzengefühl beweisen. Neben der Praxis im Lager bekommst du auch kaufmännische Grundlagen rund um die Logistik. In der Ausbildung verdienst du von Anfang an über 1000 Euro im Monat und hast eine hohe Übernahmechance. In der Chemie zu arbeiten lohnt sich. Mehr erfährst du unter www.chemie-azubi.de. Infos zu Ausbildungsstellen, Gehalt und Ausbildungsbetrieben in deiner Umgebung. Weitübers influenced by Mруstungs Vielleicht ń Lorz Hint gesprig Wank Be Wank 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 Untertitelung des ZDF, 2020